ballern auf zerspringende ziele gibt es so einiges hin und her zum teil wird hier für mal nie mal 50 cent so ein rächen angeboten ist halt nahrungsmittel kommen immer so die sachen von mir von der mutter beziehungsweise von der oma im kopf macht man nicht klar die dinger kennen wir bloß wieder aufsammeln ist halt auch doof und zerspringen tun sie nicht aber machen totalen schönen sound was ich jetzt allerdings gesehen hatte war ihr seht ihr schon im video schön zerspringt wenn ihr den grill mal wieder sauber macht beziehungsweise draußen rum läuft entweder angekokeltes holz oder hier so angekokelte grillkohle war wohl vom einen weg grill und die zerspringt auch so an sich schon umwelt dürfte es unproblematischer sein wie wenn kronkorken oder halt brausetabletten durch die gegend liegen wie die sind guckt es euch an machen halt keinen sound dadurch natürlich auch keine muggels die angelockt werden auf essen ballert man ja nicht alternative zum magnesium tablet gefundene angekokelte ja blick jetzt springen auch Das war's.